Alles klar, wahrscheinlich hat du mir jetzt noch gar nicht die Aufnahme gescheitert, aber gut, hallo und so ein schönes Mal, dass du dabei bist, wir spielen eine Runde Minecraft, Bad Wars mit Titus und Ken. Hi. So, was wollen wir jetzt jetzt mal, auf welcher Match spielen überhaupt? Village. Wir spielen auf, ich nichts wissen, schöne Karte. Ach, da ist es vorne. Okay, das war schon mal so ein kleiner Preview von meinem neues Projekt. Das wisst ihr auch noch nicht, haha. Das heißt, ich muss jetzt nur meinen Kopf behalten. Ich kann es dir mal raus. Eine Innovation. Nein, nicht wirklich, aber was behindert ist. Auf meinem Kanal, cool, gell? Behinderte Sachen googeln. Na, so ähnlich. Ich habe vor, kennst du noch die YouTuber-Parodien von Knusperturs? Der hat ja irgendwann aufgegeben, ne? Und ich hab... Alter, unser Mate! Das Problem ist, er hat ja die Hälfte von denen irgendwie wieder gelöscht. Ja, wie auch immer. Und ich wollte Werbeparodien machen, im selben Slang sozusagen, aber halt mit Werbung. Und nicht mit YouTuber. Das war doch so geil. Sein erstes Video war auch unser Kack-Fisch. Das neue Adolf. Genau, sowas. Und nur halt von Färbung, die auch wirklich existiert und die ich mir nicht ausgedacht habe. Ey, unser Mate, ne? Hochbauen existiert wie ein Spacko gar nicht. Aber cool, jetzt habe ich direkt Gold bekommen. Und es ist das erste Mal seit... Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Seit hunderten Jahren wirklich das erste Mal, dass ich zum ersten Mal als erstes Gold habe. So, das soll ich eigentlich formulieren, den Satz. Äh, kann ich auch jemand zum Eisen bauen? Dann kann ich mir nämlich einen Teleporter holen. Dann können wir direkt ein Team wegrecken. Ne? Okay. Dann baue ich das selber. Aber unser Mate ernsthaft, warum baut der sich denn nicht hoch, der Spacko? So, Fallschirme. Klärchen. Was bringt diese Insel hier? Gar nichts. Oh Mann. Ich habe gedacht, da gibt es das Eisen. Nein. Ihr dachte so. Nein! Die ist da oben. Warte, ich muss mal kurz... Boing, 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 boing. Boing, boing. Okay, zwei Eisen ist jetzt nicht so stabil. Ich blieb war ein Spacko. Alter, man kann ja... Wenn man sich hier auf der Eiseninsel ein bisschen hochbaut, kann man auch so rüberbleiben. Ich glaube, das verfolge ich auch hier. Wir brauchen mehr Eisen. Da hatte ich Racken so ein Bild direkt. Hab ich überhaupt Sound? Das wird von Schückeln abgebaut, aber ich habe es irgendwie nicht wirklich gehört. Vielleicht habe ich die Sounds auch ausgestellt. Mal gucken. Musik der Sounds. Frantley Richards. Was ist denn das überhaupt für ein Sound? Oh, Double Kill? Holy damn shit. Holy damn shit. Gib mir das Triple. Triple Kill. Warte, Ken gib mir das. Ich brauche ein... Lol. Ken. Quadra Kill. Ich glaube, Ken's... Hallo, Ken. Ich glaube, Ken's Internet ist ein bisschen weg. Ist mir so egal, ich habe ein Quadra Kill. Mir nicht so wirklich, weil ich finde es ein bisschen scheiße, dass sein Internet jetzt weg ist. Ist es jetzt wirklich besser, dass es jetzt nur so... Ja, ich weiß es nicht. Er sagt nichts mehr, steht nur noch in Minecraft rum. Vielleicht hat er sich auch schnell gemütet, weil... Keine Ahnung, das ist... Ja, ich muss mich gerade muten. Pika LeFloid reinkam, den man Autogramm abknüpfen wollte. Hier, eins Kaste haben. Ne, warte mal, ich brauche viel mehr, ich brauche 10. Gib mir das Eisen. Ich habe keins. Ich brauche aber noch neun. Ernsthaft? Ja. Cool, jetzt brauche ich noch sieben. Ich habe hier neun Eisen. Ich habe neun Eisen. Ja, dann denk, jetzt brauche ich aber nur noch sieben. Was machst du mit den letzten zwei? Behalte als Taschengeld, kaufst du hier einen Bum-Bum. Oder ein gebackenes Eisen. Da kommt einer, glaube ich. Oder warte, sind wir gelb? Nein. Bra, 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 bra. Da kommt einer. Ach, schieße, nicht schon wieder. Ach so, ne, ist unser Halt. Alter. Ich habe einen Quash-Faktor gemacht, ich bin zufrieden. Jürgen, wir sind nicht in LOL. Was wäre sonst LEL, wenn wir in LOL wären? Wie sieht ihr euch eigentlich Facecam an? Gucken wahrscheinlich nicht, gell? Ne. Ich weiß, du bist irgendwie so emotionslos beim Zocken. Und bei LOL? Wenn man so richtig Upgrade, weil ich... Oh, LOL, da ist einer. LOL, 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 ich habe ihn. Da würde ich es mir sogar vielleicht anschauen, aber ich weiß nicht, ob du jetzt schon Facecam machst. Nö, ich habe aber schon mal überlegt, einfach. Also ich habe jetzt schon mal... Nein. Fick dich. Ich hasse direkte Ablinge. Ich würde es mir vielleicht anschauen, aber ich weiß, es ist irgendwie komisch. Also ich kenne es auch manchmal nicht, was die Facecam soll bei manchen Leuten. Oh, cool, 12 Eisen. Ich kenne es hier eben als Freund und nicht irgendwie als YouTuber. Ja, eben, das ist glaube ich... LOL. Alter, ich wollte mein Mauspad zurechtdrücken, weil er rutscht aber erstmal meine komplette Maus. Oh, äh... Cool, ich habe acht Coins bekommen. Ich auch, nice. Three Coins. Äh, Hermann heißt das. Hermann ist eine Antwort auf alles. Und jeden. Und deine Mutter auch. Das hat meine Stimme leider nicht mehr mitgemacht. Schade, das wäre ein sehr schöner Sound gewesen. Okay, ich fliege mal dann zu. Oh, Rot hat kein Bett mehr. Dann fliege ich zu. Ach, scheiße, ich muss in die Mitte. Leckt mich doch alle am Sack. Wurde mich verarschen oder was? So. Heute, weil ich runtergeballert werde und mich noch retten könnte. Äh... Wir sind Team... Pissgelb. Pissgelb ist eine tolle Farbe. Gut, hier, dann gehen wir mal zu Lila, gell? Geh wir zu Lila. 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 Ich stöte gerade. Genau, Lila. Genau. Genau. Ja, genau. Ja. Genau. Ja, genau. Ja. Genau. Okay, ich bin jetzt auf... I'm on the run to my... Lila base. Hui. Okay, ich sollte eigentlich perfekt am Hintertürchen landen. Oh, ho, ho. Allol, ich wurde zurückgepackt. Jetzt lande ich nicht mehr perfekt am Hintertürchen. Geil. Oh, warte. Es könnte noch klappen, aber es wird knapper. Ah, es sollte klappen. Aber ich muss aber ums Haus laufen. Ja, es hätte auch so gereicht. Aber egal, ich fliege trotzdem ums Haus, weil es weg ist. Just cause it's Moswegia. Ich hoffe, das Hintertürchen gibt es überhaupt noch. Ja, es gibt es noch. Es gibt es noch. Es gibt es noch Hintertürchen. Oh. Aber ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Alter, jetzt sind hier drei von den Spacko. Oh. Nein, der hat mich nicht gesehen. Lol. Wie doof sind die denn? Ja? Nein, die habe ich echt nicht gesehen. Die sind doof. Die sind doof wie scheiße. Wie immer. Wenn die jetzt nicht mal meine Blöcke hören, dann sind die aber echt inkompetent. Dann will ich die Runde jetzt schon finishen. Wir sind bei Minute sieben. Geil. Richtig gut. Oder? Sind wir bei Minute sieben? Lass mal mal genießen. Ja, ich habe keine Musik die ganze Zeit angehabt. Tut mir leid. Mach ich nicht mehr jetzt. Weil jetzt lohnt ich es nicht mehr. Ich darf mal jetzt mal die Musik anders genießen. Okay. Jetzt finde ich hier komplett ansneakend. Ey, ich stehe direkt neben denen. Die müssen nur durchs Fenster schauen, dann sehen die mich. Undertale. Nicht dieses Undertale. Das. Ja, lass mal genießen. Jetzt hört man euch nicht mehr wahrscheinlich. Tut mir leid. Die habe ich nicht bemerkt. Sind die doof? Ja. Aber ich muss jetzt die Musik ausnutzen. LOL. Pack auf. Der Typ läuft einfach an mir vorbei. Der chillt erstmal sein Bart. Oh, Free-Coins. Free. Dafür wäre es nicht weg. Der stimmt wieder hoch. Die ganze Zeit. Miller? Oh, da ist einer weg. Der hat den gerade nicht runtergenommen. Wie long ist der denn? Der hat einen Eis-Fan gehabt. Ich habe ja noch hier geblockt. Geh doch mal weg. Du doofel-Lutte. Alter, ja genau. Warum noch ein paar Blöcke? Okay, los. Grün gibt es nicht mehr. Rot. Ah, es gibt nur noch einen Lila. Wo ist der? Hey, wo ist der Lila? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der ist da noch. Da steht jetzt eine Bart. Warte, lass sie bringen, lass sie bringen, lass sie bringen, lass sie bringen, lass sie bringen. Lass sie... Was machst du? Hallo, ich will den Brank nicht, diese Art von Prank. Ja, und ihr stellt euch alle nicht rein, hauptsache ich kann diese Scheiß nicht abbauen. Wie ist der? Ich habe gerade einen Namen gesehen. Der Dealer vielleicht? Nein, das war nicht auf Dealerhöhe, das war hier auf der Höhe. Ich habe auch echt gehofft, dass es so richtig ist, aber hat sich leider falsch gemacht. Gut, jetzt sollten wir uns gleich wieder hören. Ich hoffe, wir sehen uns beim zweiten Bild wieder. Äh, machst du einen Videospack? Gerade gleich. Wenn ja, dann ist er jetzt in der Verkreibung über den Beschreibung verlinkt und nachdem wir uns dann wieder sehen.